Du lebst jeden Tag, als ob es dich für immer gäbe. Das grundlegende Bewusstsein, dass dies sterblich ist, wenn du dich mit dieser einen Sache abfinden würdest, gäbe es keine Unsicherheit. Denn es gibt nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren in diesem Leben. Du bist mit nichts gekommen. Was zur Hölle auch passiert, du bist auf der Gewinnseite. Satguruji, meine Frage ist, wie geht man mit Unsicherheiten um? Wie geht man mit Unsicherheit um? Das Leben ist unsicher. Es gibt keine Sicherheit im Leben, denn... Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Hm? Wie jung und gesund du auch bist, du wirst eines Tages sterben. Ich werde dich mit einem langen Leben segnen, aber du wirst eines Tages sterben. Ist das okay? Nein? Du kannst also freudig sterben oder du kannst weinen sterben. Es liegt bei dir. Aber trotzdem wirst du eines Tages sterben. Ja oder nein? Wenn du sagst, ich will nicht sterben, dann fängst du heute mit dem Gesang an, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Alles, was passieren wird, ist, dass du nicht leben wirst, sondern du wirst sterben. Ja? Die Angst, ich will nicht sterben, wird dich nicht leben lassen, aber sie wird dich auch nicht sterben lassen. So oder so wirst du sterben. Sich mit der Sterblichkeit zu arrangieren, ist eine sehr wichtige Sache. Wenn du dich nicht mit der Sterblichkeit arrangierst, dann lebst du in einer schicken Welt, der unwirklichen Welt, nicht in der realen Welt. Die reale Welt ist, wir kommen und gehen. So viele unzählige Menschen sind vor uns gekommen und gegangen, nicht wahr? Ich habe mich gerade gewundert, wie sie in diesem Jahr eine Institution gründeten. Denn in jenem Jahr gab es solche Turbulenzen im ganzen Land. Hm? 1857. Viele Umbrüche im Land, aber irgendwie hat es jemand geschafft, eine Institution zu gründen. Der Boden, auf dem ihr lauft, wir wissen nicht, wie viele Menschen darin begraben sind. Ja oder nein? All diese unzähligen Menschen, viele Menschen, die vor dir und mir auf diesem Planeten wandeln, wo sind sie? Sie sind alle Humus. Ja oder nein? Dieser wird auch eines Tages Humus werden. Es sei denn, deine Freunde beschließen, dich wirklich tief zu begraben. Aus Angst, du könntest von den Toten auferstehen. Und es gab bestimmte Fälle. Dies geschah. Es gab ein altes Paar in Texas, über 75 Jahre alt. Es war ihr Traum, in das Heilige Land oder nach Jerusalem zu gehen. Aber wegen der Geschäfte und dann wegen der Kinder, Kinder, die aufwachsen, zur Universität gehen und ihren Ehen und da, da, da. Sie haben es nie geschafft. Als sie über 75 Jahre alt sind, haben sie die Reise nach Jerusalem gemacht. Jerusalem ist ein Ort, an dem jeder Pflasterstein nach Geschichte riecht. Also gingen sie den Weg, auf dem Jesus gegangen sein soll. Sie gingen zu dem Ort, an dem er auf dem Wasser gegangen sein soll und viele Dinge wie diese. Sie waren von dieser ganzen Erfahrung überwältigt. Und leider hatte die Dame einen Herzinfarkt und sie starb. Dann bereitet sie sich der Mann darauf vor, ihren Körper nach Texas zurückzubringen. Aber dann näherten sich die Einheimischen und sagten, Schau, Jerusalem ist das Heilige Land. Dies ist der richtige Ort, um zu sterben. Sie hat das Richtige getan. Also lass uns alle Rituale hier durchführen und sie hier begraben. Und es kostet dich nur 25.000 Dollar. Denn wenn du sie zurück nach Texas bringst, kostet allein der Transport 18.000 Dollar. Und die örtlichen Gebühren in Amerika sind, die Friedhofsgebühren sind sehr hoch. All dies zusammengenommen, wirst du viel mehr Geld ausgeben und vor allem hat sie sich entschieden, im Heiligen Land zu sterben. Hier muss sie begraben werden. Lass es uns tun. Der Mann sagte, nein, ich bringe sie zurück nach Texas. Sie sagten, Schau, du bist sehr verzweifelt wegen des Todes deiner Frau. Du kannst nicht klar denken, das können wir verstehen. Also geben wir dir einen Super-Rabatt, 15.000 Dollar. Das ist ein Ort des Falschens, weißt du? Lass es uns tun. Der Mann dachte darüber nach und er sagte, nein, ich werde sie zurück nach Texas bringen. Dann sagten sie, Schau, das macht keinen Sinn. Du, ich kann sehen, dass du sehr verzweifelt bist. Du hast deine Frau nach 45 Jahren verloren. Du bist also offensichtlich sehr, sehr verzweifelt. Du denkst überhaupt nicht klar. Und wir können das verstehen. Und nur deswegen, weil du Amerikaner bist und aus Texas kommst, geben wir dir einen absoluten Super-Super-Rabatt. 10.000 Dollar. Lass es uns tun. Komm schon, lass es uns tun. Lass es uns tun. Ihr müsst, was ich meine, wenn ihr verstehen wollt, müsst ihr irgendwo nach Kashi oder Harit-Wa gehen, wie diese Dinge passieren, wisst ihr? Dann dachte der Mann darüber nach und sagte, nein, ich bringe sie zurück nach Texas. Und sie warfen ihre Hände nach oben und sagten, warum? Was hast du für ein Problem? 10.000 Dollar, lass es uns tun. Er sagte, seht, in Texas bleiben die Toten tot. Wenn du dich also mit deiner Sterblichkeit arrangierst, Sicherheit, Unsicherheit, all diese Dinge werden verschwinden. Du lebst jeden Tag, als ob es dich für immer gäbe. Das grundlegende Bewusstsein, dass dies sterblich ist, dies ist nur für eine begrenzte Zeit hier. Wenn dies eine Regel, du weißt schon, eine normale, bewusste Sache für dich wäre, würdest du dein Leben mit Sicherheit optimal nutzen? Und wenn du dich mit dieser einen Sache abfinden würdest, gäbe es keine Unsicherheit, denn es gibt nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren in diesem Leben. Du bist mit nichts gekommen. Was zur Hölle auch passiert, du bist auf der Gewinnseite. Ja oder nein? Hm? Ist es nicht so? Bist du mit einer Investition gekommen? Nein. Du kommst mit nichts. Also was zur Hölle auch passiert, du bist immer auf der Gewinnseite, nicht wahr? Und überhaupt, sie erlauben dir nicht, deinen Transportbehälter mitzunehmen. Am Ende. Also alles, was du hast, ist, wie tiefgründig, intensiv und schön deine Erfahrung des Lebens ist. Also mach nicht zu viel Aufhebens darum. Du tust so, als würdest du etwas verlieren. Nein. Es gibt nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen, denn du kommst und du gehst. Du denkst vielleicht, oh, mein Leben, mein Leben. Nein, es ist, dein Leben auf diesem Planeten ist wie ein Pop-up auf dem Computerbildschirm. Hast du diese Pop-ups gesehen? Du bist nur ein Pop-up und Pop-out. In der Zwischenzeit wirst du emporsteigen und strahlen, ist die einzige Frage in Ordnung. Also, wenn du sowieso strahlst, manchmal wirst du vielleicht von den Menschen gesehen, manchmal wirst du vielleicht nicht von den Menschen gesehen. Das Wichtige ist, dass du strahlst in dir selbst. Das ist das Einzige, was zählt. Wenn Menschen Augen haben, werden sie es sehen. Wenn sie keine Augen haben, werden sie es nicht sehen. Das ist ihr Problem. Aber du lebst ein intensives und tiefgründiges Leben. Das ist alles, was hier zählt. Wenn du das verstehst und wenn du das in dein Leben bringst, wird keine Unsicherheit geschehen. Denn Sicherheit kann nur im Tod geschehen. Ja oder nein? Die Leute fragen mich immer wieder, kommen zu mir und fragen mich, Sadguru, bitte segne uns, nichts darf uns passieren. Ich sage, hey, was ist das für ein Segen? Mein Segen ist, dass euch alles passieren soll. Alles, was das Leben ist, muss euch passieren. Du bist hierher gekommen, um das Leben zu meiden oder bist du hierher gekommen, um das Leben zu erfahren? Bitte müsst jetzt sofort eine Entscheidung treffen. Seid ihr hierher gekommen, um das Leben zu meiden oder das Leben zu erfahren? Das Leben zu erfahren, all die verschiedenen Dimensionen dessen, was dieses Leben beinhaltet, müssen dir widerfahren, nicht wahr? Wenn du gekommen bist, um das Leben zu meiden, gibt es genau hier einen Ozean. Du kannst in den Ozean springen. Schau, wenn du das Leben meiden willst, musst du sterben. Es ist eine effizientere Art, Dinge zu tun, nicht wahr? Du bist am Leben und du versuchst, das Leben zu meiden. Es wird miserabel werden. Wenn du dich unsicher fühlst, wirst du genau das tun. Du wirst versuchen, das Leben zu meiden. Wenn du am Leben bist und versuchst, das Leben zu meiden, wird es immenses Elend verursachen. Wenn du am Leben bist, lebst du. Wenn du stirbst, stirbst du. Steh nicht von den Toten auf. Steh nicht von den Toten auf, wenn du nicht mehr mit den Toten auf. Das Leben wird listener, Untertitelung des ZDF, 2020